Wir unterscheiden hier zwei Patientengruppen voneinander. In der einen Gruppe ist der Auslöser in aller Regel ein Unfallereignis, bei dem es durch äußere Kraftanwirkung auf die Schulter zum Auskugeln der Schulter kommt. In der anderen Patientengruppe hingegen gibt es ein solches Auslösendes Erstereignis durch einen Unfall in aller Regel nicht. Das heißt, die Patienten beklagen eine instabile Schulter aufgrund einer Veranlagung, die sie quasi über ihre Gene vererbt bekommen haben. In der Gruppe der Patienten, bei denen das Ereignis durch einen Unfall ausgelöst wird, ist dieses in aller Regel sehr offenkundig, weil das Auskugeln zu einem schlagartigen, stärksten Schmerz in der Schulter führt und der Arm entsprechend auch überhaupt gar nicht mehr bewegt werden kann. In der anderen Gruppe, der anlagebedingten Instabilität dagegen, gibt es ein solch primär Auslösungsereignis in aller Regel nicht. Hier beklagen die Patienten eher, dass es immer wieder zum kurzen sogenannten Teil aus Kugeln der Schulter kommt, was die Patienten wahrnehmen als ein kurzes Knacken, das dann durch eine Eigenbewegung in aller Regel wieder korrigiert werden kann. In der Gruppe der unfallbedingten Instabilität des Schultergelenkes ist in aller Regel eine Korrektur der durch den Unfall im Gelenk hinterlassenden Schäden erforderlich. Das heißt, die vom Knochen in aller Regel abgelöste Gelenklippe muss wieder im Rahmen einer Schultergelenkarthroskopie befestigt werden. In der anderen Gruppe hingegen brauchen die Patienten in aller Regel eine bessere muskuläre Führung der Schulter im Gelenk. Das heißt, diese Patienten müssen intensiv einem Krankengymnastik- und Reha-Programm unterzogen werden.